Hallo meine lieben YouTubis und auch Tier- und Pferdefreunde natürlich unter euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wieder mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert von mir und zwar mache ich schon seit ein paar Wochen so eine Schwefelkur, so eine Entgiftungsgeschichte, Darmsanierung nach Dr. Probst und ja, da hat man eben halt so in Phasen auch so echt total Tage, wo es einem so super dreckig geht und man dann auch eben halt entgiftet und so, aber auch ansonsten, ich habe auch viel noch so mit aus der Vergangenheit, mit Krankheiten zu tun und Schmerzen zu tun, wo jetzt eben halt noch so Reste vorhanden sind und ja, worauf ich eigentlich hinaus will, das lenkt mich eigentlich immer sehr, sehr in meine innere Welt rein. Das heißt, ich bin immer mit den Fühlern in mir drin, wo sind die Schmerzen, wo geht's mir gerade nicht gut und ich habe auch ganz oft so echt so diesen geistigen Nebel, das kann auch von Chemtrails kommen oder von irgendwas äußere Einflüsse. Man weiß ja nicht, woher das alles kommt. Ich habe ja auch schon mal gesagt, wir wissen ja auch gar nicht, ob die Gedanken, die wir denken, überhaupt unsere Gedanken sind und wahrscheinlich nicht. Egal, das will ich jetzt auch gar nicht erzählen, aber es ist eben halt so, dass ich, also wenn ich gerade, wenn ich hier so einen Ausritt mache, so in unserem wunderschönen Wald mit meinem wunderschönen Islandpferd und oder ich mit meinem Hund im Wald bin, dass ich das gar nicht mitkriege und so die äußere Welt gar nicht mehr erfahre. Und auch eben, ich hatte das, glaube ich, auch schon mal in einem Video gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das schon veröffentlicht habe, wenn man zu feinstofflich wird, dass der Körper sich dann auch irgendwie auflöst. Und wichtig ist einfach, wir sind ja nun mal hier und jetzt in diesem Spiel des Lebens, dass wir auch dann, oder das habe ich auch ganz besonders gemerkt, versuchen auch unsere äußeren Sinne, die wir mitbekommen haben, zu nutzen. Und da auch wirklich so darauf zu achten, dass wir intensiv sehen, intensiv schmecken, intensiv riechen, intensiv hören und intensiv fühlen. Weil das, dass man sich nicht zu sehr in seiner inneren Welt verliert, weil da kommt man ganz schlecht wieder raus. Also und das ist eben halt auch, wenn man Tiere hat, die geben einem ja dieses ganz besonderes intensive Gefühl, sag ich mal. Man kann sie ja wirklich mit in allen Sinnen wunderbar erleben, indem man sie anfasst und ihre Wärme spürt und ihren Geruch riecht und all solche Sachen. Also in der Natur sein und mit Tieren zusammen sein, ist da also wirklich die absolute Wohltat. Und das ist ganz, ganz wichtig, all unsere Sinne auch einzusetzen, weil, stellt euch vor, irgendwann scheiden wir ja dahin mit unserem, oder unser Körper scheidet dahin, sagen wir so. Und dann sind wir nur noch feinstofflich. Das heißt, wir haben diese menschlichen Sinne gar nicht mehr. Deswegen, wir wollen das ja jetzt erfahren und diese Sinne auch nutzen, weil deswegen sind wir hier, diese Erfahrung zu machen. Und irgendwann, wenn wir feinstofflich sind, können wir nicht mehr irgendwo einem Tier ins Fell greifen oder, oder, oder. Und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen denkt daran, nutzt das, was ihr hier auf der Erde mitbekommen habt. So, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Gib mir einen Daumen nach oben, wenn das so ist. Wenn nicht, gib mir einen Daumen nach unten. Abonniert meinen Kanal, stellt Fragen, schreibt Kommentare, drückt das Glöckchen, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und dann sage ich Go Vegan und Namaste. Tschüss.